Hallihallo freunde und herzlich willkommen mein name ist g&lp und wir rennen hier um unser leben Scheiße Geh auf Kacke wir sind tot Irgendwie startet jeder part aber wirklich jeder part mit meinem tod ich weiß auch nicht warum Na ja egal was soll's Wir laden einfach noch mal Und laufen jetzt einfach ein bisschen schneller hier Kacke Ja so schnell kann's gehen Das ist immer mit dem Sound hier Wo ist Boxen hier ist Boxen Jetzt aber rotig Meine Güte nochmal So jetzt ist hier wieder so ein Fischi Wir speichern natürlich nochmal Das Computer will auch nicht weglaufen Meine Güte Ja ich glaube wir sind kurz zum Ziel Scheiße Noch nicht schon wieder hier unten drin Ich glaube das ist nicht gesund hier unten lang zu schwimmen Wow Ich hoffe zumindest Ja und wir alle die jetzt erst das erste mal einschalten das ist das ach du scheiße Ach du scheiße das ist das erste spiel was ich je gespielt ach du scheiße habe Wie zur hölle soll ich das bitte machen Da gibt's eigentlich nur eine Möglichkeit Ganz easy eigentlich Und zwar haben wir ja hier noch Den wollte ich eigentlich erst später nehmen Unser Unsterblichkeitsteil Also ich dachte das wäre eins Wisst Denn ist vielleicht das hier unsere Unsterblichkeitsteil Auch nicht Das gibt's doch gar nicht Ich hab doch hier ein Unsterblichkeitsding Ist das hier vielleicht Ja Gott sei Dank Auch nicht Was ist das denn Das ist doch das Unsterblichkeitsteil Okay dann müssen wir hier wohl durchschwimmen Ach kacke Leute Kann ja nicht sein Man kann hier nicht durchkommen Wie will man das denn machen bitte Alter das kann ich echt nicht Also nochmal zur Erklärung Ich könnte hier natürlich ohne Probleme durchheizen Das Problem ist einfach nur Pass mal auf Äh das wenn ich loslasse Werde ich nach oben betrieben Das heißt ich muss immer nach unten Drücken Und das ist schweineschwer Yes Okay Speichern Und wenn man nicht die Möglichkeit hat zu speichern So wie früher Dann ist es nahezu unmöglich Diesen Abschnitt hier zu bestehen Mit nahezu unmöglich Meint absolut unmöglich Oh fuck off Fuck 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 Scheiße Das gibt's doch gar nicht Auch immer gleich hier Immer nach oben Oh Gott sei Dank So Gott oh Gott oh Gott Und da oben ist ein Leben Ja das müssen wir uns jetzt natürlich auch langsam erholen Ach ne ich hab nicht gespeichert Ach scheiße Okay jetzt weiter Wow das ging jetzt fix Nicht verrecken Nicht verrecken Speichern 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 So Ich scheiß auf das Leben Wir haben noch genug Leben glaube ich Wow Lauf 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 Meine Güte Diese ganzen fiesen gefallen Fallen Diese fiesen gemein fallen meine ich natürlich Aber wie groß ist denn das kack schloss sag mal Gibt's doch gar nicht Unbelievable Da oben ist ein fisch das heißt geheimgänge On the road Soll ich da rein springen ich habe jetzt schon schiss So wieder fake da Okay das sieht gut aus Da könnte man reinrutschen Brauche ich sowieso nicht das Ding Habe ich nämlich schon Rauskommen muss ich ja trotzdem irgendwie Ach Leute Was denn los hier Na bitte Wenn ich jetzt hier runterfallend im wasser bin Raste ich aus Ach komm Fick die hände Junge Das Das Nee 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 Nicht Nicht für diesen preis Was denn hier ist aber von hier gekommen Yo Da müssen wir hier auch nicht runter Ach scheiße Ja Also ihr seht auch geheimgänge haben Tücken Man muss auch nicht jedes geheimnis mitnehmen sage ich einfach mal Geheimnisse sollte man vielleicht auch mal für sich behalten Okay ja das ist ja beides nicht viel besser hier Da unten ist eine flamme Ach scheiße wie soll ich das denn machen verdammte scheiße Ich muss eigentlich muss ich jetzt hier ein item nehmen Und zwar den ring Jetzt ist der scheiß Frosch schon mal weg Fuck Glücklicherweise habe ich gespeichert Ja und wenn man hier nur drei leben hat Ja ihr seht ja wie oft ich hier schon verreckt bin Und das hunderttausendmal von vorne durchspielt Ich weiß gar nicht Ob es überhaupt möglich ist Da zu schaffen Also ohne zu schieten Keine Ahnung So wir gucken jetzt hier auch nochmal rein Natürlich Okay Ja dann wäre ich nur ein Frosch gewesen Der hätte uns dann wahrscheinlich gleich gekillt Ich muss uns nur hier gucken Mit dem scheiß Feuerdingern Wir haben unendlich Schuss übrigens Mit unserem pornösen Pornoring Aber Feuer löschen kann er auch nicht Yay die Prinzessin dort Ich kacke 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 It's lucky that you have managed to come this far However I put an end to that Let's shank in for three matches If you lose I make I make your turn Äh Stone Na ja alles klar Na ja klasse Scheiße Wir versuchen es einfach mal Wir zocken wieder fleißig hier Schere Steinpapier Ich hoffe ich kann den Mungo platt machen Und vielleicht ist ja das letzte Level Ich weiß es nicht Yay Nummer eins geworden Cool Speichern Ich glaube in dem Stein Yes It looks like that's the way Ach der Scheiße Jetzt muss ich auch wieder gegen den Kämpfen Fuck Wie zur Hölle Okay Auf diesen Stein muss ich stehen Das kriegen wir hin Schade dass mein Powerring schon wieder weg ist Oh Gott bin ich gut Das kann aber auch mal sterben hier Ohne Scheiße Das wird ja mal schneller Stirb doch Was soll das denn Hör auf fliegen zu kacken und stirb Ich glaube ich treffe ihn gar nicht Treffe ich den überhaupt Das muss ich auch gegen den Kopf springen Scheiße jetzt bin ich ein Stein Obwohl ich gewonnen habe Unfair ist das Ach den Kopf also Wunderbar Herrlich So jetzt ist er nämlich der Stein Das item nehmen wir mit Was immer das auch wahr Können wir bestimmt noch gut gebrauchen Da ist unsere Prinzessin Thank you Alex Your mother is well and good Was Your mother is well and good Was Thank you Alex Your mother is well and in good hands Also deiner Mutter geht es gut Und es ist in guten Händen Please save the Red Raxian people With your most powerful weapon Die Krone Hey Sichi Komm mit Torte Hier gibt es kein Küsschen oder was Na gut Und jetzt sind wir im See nochmal Oder wie Ich dachte wir haben es geschafft Na gut Alles weitere dann Im nächsten Part Ciao Mein Name ist Cajun Happy